39 Tage ist er geradelt, am Freitag hat er sein Ziel erreicht. Der Wiener Fotograf Mario Lang ist in den letzten Wochen mit einem Faltrad von der lettischen Hauptstadt Riga bis nach Wien gefahren. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat Lang seine Liebe zum Osten entdeckt und ist bereits die gesamte Donau mit dem Fahrrad und dem Fotoapparat abgefahren. Diesmal wählte er als Ausgangspunkt das Baltikum. Mit Freitag hat er also insgesamt rund 4000 Kilometer in den Beinen. Das letzte Stück zwischen Bratislava und Wien dürfte dann nur mehr ein Klacks gewesen sein.